Ist mir egal Ist mir egal Es interessiert mich nicht Ob war ja falsch, mein richtiges Wenn du denkst, du bekommst, was du kennst Ja, dann irrst du dich Dann bin ich das nicht Guten Morgen, Hadi Es geht schon los Geht's los? Mit wem? Mit mir Alles gut? Alles gut, bei dir auch? Ja Gut Morgen Es geht schon los Wahnsinn Die sind viel kürzer Weil Neustyling Und das ist mir scheißegal Morgen Klaus Müde? Wird das gebügeln? Ja, das wird gebügeln Ja, das wird gebügeln Bist du dein nächster? Ja Morgen Morgen Du bügelst drauf Ja, natürlich Die hat jetzt schon den zehnten Pullover an Eben Der Hadi ist eine Diva Hast du denn Klaus schon interviewt wegen seiner neuen Frisur? Nein Ja Ja Deine neue Frisur Hast du erst heute gekriegt? Nein Sondern? Habe ich in Spanien gemacht Sehr schön Ganz schön kurz, oder? Ja eben Bisschen Veränderung Zu lange Das war mir langweilig Dann habe ich mir gedacht, ich muss den Hadi nachmachen Wie gefällt dir die Frisur von Klaus? Super toll Bist du zufrieden mit deiner neuen Frisur? Hey, wir brauchen, wir brauchen Leute, können wir jetzt wirklich arbeiten Es ist nicht los, wir verlieren unsere Arbeit Ein bisschen mehr Distriken, oder? Ja, doch Genau Deine Augen blaue Deine blaue Augen wie die Sonne Deine grüne Zähne Ab kurz Hm? So, du kommst mit Schon fast fertig gestylt Ich bin schon fertig gestylt Ich glaube, wir müssen es kreuzern Ja Das ist immer kreuzer hier Genau so Ich glaube, dass diese Geschichte sollte nicht durchgehen Nein Nur hinten und dann einfach lockerlassen Dann kann man spielen Locker ist richtig Das Leopap Ding da Das Leopap Ding da Was man sieht Das ist nicht Klaus sein und Hose Das ist der Sessel Ich bin erschöpft, ey Gut macht Klaus Ich bin erschöpft Sehr anstrengender als Mitschlagzeuge Besten Freestyle 700 Biggestihn Freestyle Ja Wenn du denkst du, sagst du, wenn du denkst du dich Sag mir nicht das nicht! Ja! Bist du zufrieden? Ja! Nein, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mal wirklich einen Überblick, weil wir schon relativ viele Aufnahmen gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben alle Aufnahmen, die ich mir vorgestellt habe, im Kasten. Ja, jetzt kommen stressige acht Tage. Was stellen wir ab? Jetzt kommen wir auf einmal an, aber now sie sind ecc Sammy tier规 moderation